Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Im heutigen Video geht es darum, dich von allem zu trennen, was dich in irgendeiner Art und Weise zur sexuellen Sünde verleitet. Und da beginne ich mit einem Bibelvers aus dem Matthäus-Evangelium und zwar aus dem 18. Kapitel ab Vers 8, wo Jesus ein ziemlich radikales, ziemlich herausforderndes Gleichnis darlegt. Und zwar sagt er folgendes. Wenn dich deine Hand oder dein Fuß zur Sünde verführen will, hack sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, du gehst verkrüppelt oder verstümmelt ins ewige Leben, als dass du mit beiden Händen und Füßen ins ewige Feuer kommst. Auch wenn dich dein Auge zu Fall bringen will, dann reiß es heraus und wirf es weg. Es ist besser für dich, einäugig das ewige Leben zu erhalten, als mit zwei gesunden Augen ins Feuer der Hölle geworfen zu werden. Und das sind ziemlich harte Worte, die Jesus hier bringt. Also er geht da ziemlich hart mit Sünde allgemein ins Gericht und zeigt uns, dass wir uns von allem trennen sollen, was uns in irgendeiner Art und Weise zur Sünde verleitet. Und ich erzähle dir jetzt, was es speziell in meinem Fall war. Bei mir kam das immer so schleichend durch Instagram, dass ich da in sexuelle Sünde, speziell Pornografie und Selbstbefriedigung hineingerutscht bin. Und da war das meistens so, dass ich mir Profile angesehen habe von schönen Frauen, am Anfang noch ganz normal gekleidet. Und ich bin dann immer wieder auf Profile gestolpert und habe dann draufgelegt auf Profile von Frauen, die dann ein bisschen leicht bekleideter waren und sich freizügiger präsentiert haben. Und so ging das weiter und weiter und weiter. Und irgendwann war dann diese Fleischeslust so gefüttert in mir, dass ich dann der Versuchung auf eine Pornoseite zu gehen gar nicht widerstehen konnte. Und da hat mir der Herr einfach gezeigt, Markus, wenn bestimmte Dinge einen positiven Effekt in deinem Leben haben und dich vorwärts bringen, aber sie dich an manchen anderen Tagen dann wieder in die Sünde hineinführen und dich verführen zu sündigen, dann trenne dich davon. Und ich habe das dann gemacht. Ich habe mich dann von Instagram getrennt und habe da einen Schlussstrich gezogen. Und ich habe dann gemerkt, als ich das getan habe, plötzlich da viel leichter widerstehen konnte in dem Bereich, wenn da Versuchung kam. Und das möchte ich euch heute mitgeben. Ich habe dann später noch einen Schritt drauf gesetzt und habe mich dazu entschlossen, ganz auf ein Smartphone zu verzichten und auf so ein altes Tastenhandy umzusteigen. Das ist jetzt ganz persönlich, weil ich diesen Schritt tun möchte. Und weil ich merke, okay, es hilft mir sehr, dass ich da wirklich in Freiheit von Pornografie und Selbstbefriedigung wandeln kann. Ich möchte euch heute ermutigen, dass ihr euch selbst mal unter die Lupe nehmt und wirklich analysiert, wo eure eigenen Schwachstellen liegen. Bei mir war es Instagram. Das kann sein, dass ihr in einem anderen Bereich eine Schwachstelle habt, die euch immer wieder in dieselbe Sünde hineinzieht. Und ich möchte dich ermutigen, dass ihr dann, wenn ihr herausgefunden habt, was eure Schwachstelle ist, dass ihr dann wirklich radikale Schritte setzt und euch davon trennt. Und ihr werdet sehen, dass es wieder euch helfen, in Freiheit zu wandeln von Pornografie und Selbstbefriedigung. Ich wünsche dir alles Gute und Gottes Segen und bis zum nächsten Mal. Ciao.